Neues vom Pop-Up-Lieferdienst. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Das siebte Duell. Es steht unentschieden, 3-3. Wer geht in Führung? Ah, sehr geile Idee. Bist du rechtzeitig fertig diesmal? Halt die Schnauze, der ist am Kämpfen. Scheiß Waschbecken, ey. Alles wird gut. Doch dann... Hallo? Wir haben Hunger, wir haben Bärenhunger. Ich komme gleich verarschen aus. Jacke aus, Rucksack aus, Hände waschen, zack. Mutter Gottes, ey. Melzer und Henssler liefern ab. Sonntag, 20.15 Uhr. Sonntag, 20.15 Uhr.